Das Schiss ist, wenn man sich in die Hose scheißt und man muss ja pinkeln, und zwar hat er Angst, Mist. Jaja, jetzt schaffen wir's. Komm schon, ein Win noch, Sarah, ein Win, den müssen wir holen, den müssen wir uns holen. Der Chat glaubt nicht an uns. Echt? Ja. Sie sagen, wir gewinnen nicht, oder wie? Sarah, man hört dich kaum, weil die Musik so laut. Ich hab die Musik nicht laut. Ich will Sarah noch lauter machen. Ja, unbedingt. Geht nicht, ich bin auf Maximum. Er macht die Musik gleich. Gehst du nur auf, auf was ist denn die Musik? 33, okay. Dann so. Ich würde nur einen Haunted behalten. Ja. Oh, ein Mage, oh man. Natürlich ist der entgegen ein Mage. Ja, und natürlich kriegen wir jetzt einen Scheißhantel. Komm schon. Please. Was ist denn die dritte Karte? Ich seh's nicht. Ja, ich darf jetzt aber. Please, Blizzard. Komm schon, gönn uns einmal einen 12-Winrun. Und dann? Sie werden mal einen 1-Winrun. Und dann. Ja, bl Assim. Hallo! dann spielen wir Protektor und traden ein. Und Protektor? Was macht denn der Antrieb ganz Sinn? So nur angreifen und traden. Hä? Das ist so besser. Protektor ist hundertmal besser. Ja. Holt ins Gesicht, oder? Nein, traden. Wie wollen wir traden? Der hat zwei Hilfen, die haben da alle einkriegt. Ja, und? Im nächsten Zug. Ach so. Ich sag gerade, hä, wie traden? Jetzt wird er den Enrage dann. Ja, wir haben aber ein Blessing. Machen wir, oder? Ja. Hey Melon, das wär halt geil. Hey Eisenwölfin, na? Alles fit, Madame? Es ist gerade ein legendäres Spiel, ja. Wenn wir das schaffen, das wär halt echt sensuell, ne? Das ist übrigens ein goldener Mage, ne? Ja. Ja. Wir spielen den Heckler und den Morgan. Ja. Hinten wir auch, dann gehen wir weiter Face. Ja. Heisenwölfin 11 wins Arena, ne? Sensationell! Das ist klar, dass wir den weg haben. Harvest Golem. Oh, schon lange nicht mehr gesehen. Wird er in Meta kaum noch gespielt, ne? Ja. Äh, wir traden. Mit dem Morgan. Ich hätte ja fast Algen und Projector. Freeze man und gehen, äh, Face. Ja ne, der ja. Einfach weiter Druck ausüben, ne? Ja. Heisenwölfin 12 wins ist das Maximum, was man in der Arena machen kann. Das ist echt nicht einfach. Komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon, komm schon. Nice. Ja, siehst du schon, wenn er schläft, dann haben wir keinen. Ja, dann machen wir mal auf dem Elemental. Ist ja egal, wenn ich nun dann trade mit dem Walkers. Stimmt, eigentlich egal. Hauptsache weg mit dem Müll. Ne. Ähm. Spielen wir einen Cult Master? Ja, spielen wir einen Cult Master doch. Unbait, äh, raus, dass er dann halt in den Dings angreift. Migo Face. Migo Face. Migo Face. Ist das mit Jumbo Benzin, mein Freund? Bitte kein Flamestrike, bitte kein Flamestrike, bitte kein Flamestrike. Komm schon, nein! Saboter. Warhouse. Ja. Warhouse. Warhouse. Ein Weg-Traden und Faze, oder? Ja. Ja. Wenn wir jetzt nicht mal einen Flamestrike haben, ne? Nein, das darf nicht sein. Komm schon, das sieht gut aus, das sieht echt gut aus gerade. Obwohl, wir haben wenig Karten. Elemental. Ist egal, was wir haben, reicht. Ähm, Hammer of Res auf einen 3-5er. Ja. Und 2-1er reinschulden. Wendor ist jetzt scheiße zu spielen. Ein 2-1er? Ja. Und Faze, oder? Ja, und GV-Power. Ja klar, Hero Power. Ja. Ja. Du musst echt übelst Pressure machen, ne? Ja. Komm schon, der Vendor, der bringt uns jetzt halt gar nichts. Bin unbefriedigt, hab mir schon lange nichts mehr gekauft. Nein. Boah, bitte. Topdeck Truesilber einfach. Das wäre so OP. Das wäre so OP. Das wäre so OP. Das wäre so OP. Boah, der hat noch einen. Lag усöchst. Ohhh. jedzu mit Einig 1978er Ha! Ja! 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 Ich gutte. Mit meinem Tug irgendwo into Screenshot. Ja oder? Musst du auf Vollbild umschalten? Ich hab schon Vollbild, aber es will grad nicht. Ja, es will grad nicht. Es will mir kein Vollbild machen. Egal, ich mach nen Screenshot. Ja, ich mach nen Screenshot. Yes! Moment, Screenshot.